Für diese Folge der Marktplatz-PCs habe ich mir einen speziellen PC rausgesucht, dessen Marke der eine oder andere von euch vielleicht kennt, aber nicht unbedingt mit Gaming in Verbindung gebracht haben dürfte. Die Rede ist hier von Terra. IT made in Germany. Dieses Terra-Logo hat vielleicht der eine oder andere schon mal irgendwo in seinem Leben gesehen. Richtig, in der Schule. Wir hatten zum Beispiel in der Schule auch Terra-PCs und ich denke mal, viele andere von euch haben sicher in ihrem Schulleben schon mal mit einem Terra-PC zu tun gehabt. Die sind natürlich jetzt nicht unbedingt für Gaming-PCs bekannt und vor allem nicht für Gaming-PCs, die 3.500 Euro kosten. Aber der Terra-PC Gamer Elite 4 BTO mit 24 Monaten Wing-Ink-Service kostet so viel. Und naja, wir gucken uns einfach mal an, was in dem PC drin ist und da ist gar kein Schrott drin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich wäre echt erstaunt gewesen, wenn für 3.500 Euro da wirklich Müll drin gewesen wäre. Aber ist es nicht unbedingt. Natürlich ist dieser PC trotzdem, würde ich mir für 3.500 Euro nicht diesen PC kaufen. Dafür ist er mir einfach viel zu langsam. Aber, naja, was heißt viel zu langsam? Wir werden es gleich noch sehen, die Grafikkarte. Also, die Grafikkarte, ja, die ist nicht so. Die könnte man auch in dem PC für einen halben Preis oder weniger eigentlich einbauen. Aber gut, wir gucken uns den PC im Detail mal an in diesem Video und ich glaube, das wird hier weniger eine Kaufempfehlung, weil ich glaube, niemand spielt mit dem Gedanken, sich von Terra diesen PC-Gamer Elite 4 BTO zu kaufen. Los geht's. Da man auf dieser Seite bei Terra nicht unbedingt viel zum PC sieht, bis auf eine kleine Übersicht. Aktuelles Gaming auf Top-Niveau mit High-End Core i9 der 13. Generation und der RTX 4070 Ti. Da sieht die Stunde 4070 Ti in einem 3.500 Euro PC. Naja. Aber wenn wir unter Details gehen, dann sieht das hier alles ein bisschen eigenartig aus. Ich habe aber für euch alles, was so wichtig ist, rausgenommen. Und das gucken wir uns jetzt im Geizteilspreisvergleich einfach mal an, was wir hier für Komponenten bekommen in dem PC. Und dann sage ich auch mal, was ich von den Komponenten halte. Beginnen wir mit dem Gehäuse und das ist das Cooler Master Cosmos C700P Black Edition. Das ist ein extremst teures Gehäuse mit 350 Euro, aber es ist auch das, was man mit 3.500 Euro PC erwartet. Es sieht nicht schön aus. Also, mir gefällt es persönlich nicht, aber das ist jedem selber überlassen. Es scheint so ein bisschen den Anmutung zu machen, dass man es mit rumtragen sollte. Ich gehe davon aus, es ist sehr schwer. Wir gucken mal, ob wir hier eine gewichtsangabe finden. 22 Kilogramm wiegt das Gehäuse mit 130 Litern Volumen. Ja, so ein normaler Kompakt Gaming PC hat so 30, ein ganz normaler 50 Liter. Also hier ist es schon ein riesiges Teil. Da passt wahrscheinlich auch ein Server-Mainboard rein. Auf jeden Fall, dieses Gehäuse kommt zum Einsatz. Und es ist auf jeden Fall ganz schön groß. Der Prozessor, der ist auch interessant. Und zwar ist das in der Top-of-the-End aktueller i9-13900K. Ich glaube, was Besseres gibt es gar nicht. Fürs Zocken könnte man sich jetzt streiten, ob da nicht vielleicht eine X3D-CPU noch besser ist. Aber der Core i9-13900K ist wirklich Top-of-the-Edge-Prozessor. Aktuell kostet es alleine 600 Euro. 24 Kerne, 32 Futs, 8 Performance-Kerne und 16 Efficiency-Kerne. Ja, was soll ich da groß zu sagen? Da gibt es, glaube ich, nichts, was denen in die Knie zwingt. Das Ganze sitzt auf einem Asus Prime Z790P-Wi-Fi-Board. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, es ist zwar ein ATX-Board, aber es ist nicht das hübscheste ATX-Board, was ich gesehen habe. Und es ist vor allem kein wirklich hochwertiges Board, obwohl es relativ teuer ist. Also was heißt nicht hochwertig? Aber guck mal, hier sind zum Beispiel keine gekühlten Spannungswandler für die SSDs, die fehlen. Der Schipsatzkühler ist nur passiv. Ich meine, viele finden das gut, wenn der Schipsatzkühler passiv ist, weil das ist halt ein Lüfter, der macht Geräusche. Und wenn du da ein super Silent-Bild hast. Hier oben ist zwar ein M.2-Slot, okay, der ist gekühlt. Aber ansonsten, ja, Spannungswandler sind schon gekühlt, es ist okay. Das Board ist jetzt nicht schlecht. Wir kriegen auch einen USB-C-Anschluss, aber ich finde auch drei USB-3-Anschlüsse ist ein bisschen mager an der Stelle. Also ausstattungstechnisch hätte man auf das Board noch jeden Fall noch mehr packen können. Vielleicht hat man sich auch, weil Terra eben eine Büromarke ist, auch noch für ein extrem teures Board entschieden. Was aber mit einem PS2-Anschluss kommt, das könnte ich mir an der Stelle auch vorstellen. Dass man hier einfach gesagt hat, okay, wir sind ja immer noch so eine Schul-PC-Marke und der PC ist vielleicht weniger was für Gamer, sondern eher irgendwie was für Enthusiasten, die jetzt damit irgendwelche komplexen Berechnungen machen. Deswegen, PS2-Anschluss sollte schon mit dran sein für die Peripherie. Ansonsten 250 Euro. Ein relativ teures Board. Ich würde mir ja tatsächlich persönlich ein anderes Board kaufen, weil ich es irgendwie auch nicht so hübsch finde. Weiter geht's. Der Arbeitsspeicher ist G-Skill-RAM. Wie kann man denn nur G-Skill einbauen, würde sich der eine oder andere jetzt denken. Aber ja, G-Skill ist auch nicht mal unbedingt das Schlechte, was man soll. Es erfüllt seinen Zweck. Es erfüllt seinen Zweck. Es ist Low-Propile-Memory. Und hier kommt 32 GB DDR5 mit 5600 MHz zum Einsatz. Finde ich ein bisschen schwach bei 3500 Euro. Also ich hätte mir da schon irgendwie 64 GB Arbeitsspeicher vorgestellt. Vor allem, wenn wir jetzt mal an dieses Busyness- oder Workstation-Szenario denken, dann kann es sein, dass der eine oder andere für irgendwelche komplexen Berechnungen doch mal mehr Arbeitsspeicher braucht. Und dann finde ich 32 GB doch ein bisschen wenig. Kostet aktuell 99 Euro oder 100 Euro. Ist ganz okay. SSD war nicht näher angegeben. 2 TB waren angegeben. PCI 4. Ich habe einfach mal eine Samsung 980 Pro genommen, weil die ist relativ teuer und auch relativ gut. Gut, das ist eine gute SSD an der Stelle von Samsung. Hat auch 2 GB DDR4 Cache und 6 bis 36 MB SLC Cache. Also es ist eine sehr gute SSD. Ob die bei Terra zum Einsatz kommt, weiß ich nicht. Die können auch eine billige SSD einbauen. Haben sie halt nicht näher beschriftet. Ich gehe einfach mal davon aus, dadurch, dass auch andere hochwertige Komponenten verbaut sind, dass sie auch hier auf eine hochwertige Komponente setzen. Ja, die Kühlung übernimmt eine Cooler Master Master Liquid ML 360 Illusion. Nicht genau die, aber die andere Cooler Master, die normalerweise zum Einsatz kommt in dem System, die ist aktuell nicht lieferbar. Deswegen habe ich einfach mal die genommen. Die kostet 130 Euro. Die andere hat ungefähr 120 Euro gekostet. Sollte jetzt bei der Menge an Preis nicht unbedingt Rolle spielen. Aber auf jeden Fall eine 360er Wasserkühlung ist für den neuen 13.900K in Ordnung, denke ich. Hier kommt, das scheint allerdings nicht viel, vor allem für den Preis nicht die hochwertigste Wasserkühlung zu sein, die man kaufen kann. Da gibt es sicher hochwertigere Modelle am Markt, die man da tatsächlich dann auch einsetzen kann. Aber nichtsdestotrotz sollte sie trotzdem den 13.900K kühl halten, wenn auch nicht ultrakühl. Das Herzstück, habe ich ja eben schon erwähnt, ist eine RTX 4070. Und hier bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Wir bezahlen 3.500 Euro, so dieser PC kostet. Und da kommt eine 4070 Ti zum Einsatz. Wo ist die 4080 und wo ist die fucking 4090? Ich erwarte bei einem PC, der so viel Geld kostet, eigentlich schon fast eine 4090. Ich habe erst überlegt, aber so, ja, 3.500 Euro. Ich meine, niemand von euch würde diesen PC kaufen, aber ich meine nun mal, warum macht man denn hier eine 4070 Ti rein, die man in einem PC schon irgendwie für 1,5K bekommt? Ja, das ist doch, was soll das? Also, ich verstehe es nicht. Ansonsten, 4070 Ti, ihr wisst, ist eine sehr solide Grafikkarte, wenn auch nicht top of the edge. Also, ich denke, der i9 wird sich da ein bisschen langweilen mit der Karte. Aber wird vielleicht, ja, für das eine oder andere Game oder für die eine oder andere Berechnung auf jeden Fall ausreichen. So wie gibt es auch noch dazu diese Maus, die Sherry MC 9620 FPS. Die kostet aktuell 44,99, ja, 44,90, 45 Euro. Die ist bei dem PC dabei. Man kann im Bestellprozess wohl angeblich auch noch eine Tastatur auswählen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber, gut, Leute oder Unternehmen, die solche PCs kaufen, die kaufen wahrscheinlich dann auch ein High-End-Vollpaket und die wollen halt dieses Vollpaket haben. Und die wollen dann auch eine Maus und eine Tastatur dazu und wahrscheinlich eventuell auch noch einen Monitor dazu haben zu dem Ganzen. Deswegen liegt hier halt bei dem System eine Maus bei. Ich glaube, das macht den Braten auch nicht mehr fett. Obwohl 45, ja, macht 50 Euro auch nochmal aus in der Konfiguration bei 3.500 Euro oder 3.460 waren es, glaube ich. Dann waren wir auch noch bei 3.400 Euro für den PC. Nur noch, in Anführungsstrichen. Ja. Deswegen das. Und was kommt noch zum Einsatz? Natürlich eine Windows-Installation. Windows 11 Home ist bei dem PC installiert. Ich habe Windows 10 Pro wieder reingepackt. Ihr wisst ja, wie das ist. Kann man ja kostenlos upgraden. Und als Netzteil, das war auch nicht näher spezifiziert. Die einzigen Spezifikationen, die drin standen, waren 850 Watt. Und das ist ein 80 plus Gold-Netzteil. Ich habe einfach mal mich für ein BeQuiet-System entschieden. Für den Pure Power 11 12M. Ist ein gutes Mittelklasse-Netzteil. Also wirklich sehr solide, aber auch kein High-End. Könnte auch sein, dass der High-End eingebaut wird, aber wahrscheinlich nicht. Deswegen wurde es auch nicht unbedingt benannt. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn die Hersteller nicht hinschreiben, was drin ist, dann ist meistens nicht das Beste drin. Ist halt leider einfach so. Das muss ich so sagen. Es tut mir mal weh, das zu sagen, aber es ist so. Das Pure Power 12M ist modular. 850 Watt, 80 plus Gold brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ist ein sehr, 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 sehr solides Mainboard, äh, Netzteil an der Stelle. Ein sehr solides Netzteil. Und da macht man, glaube ich, nicht unbedingt so viel falsch, wenn man das kauft. Und ja. Das wären eigentlich schon alle Komponenten, die im Terra Gamer PC Gamer Elite 4 BTO drin sind. Und wir gucken uns mal den Preisvergleich an. Und der liegt bei 2550 Euro. Das heißt, Terra will für diesen PC-Zusammenbau einfach mal 1000 Euro haben. Knapp 1000 Euro haben. Und ich denke mir so, boah, geil. Das nächste Mal verkaufe ich auch einen PC für die Preisklasse. Mal auch 1000 Euro an jedem PC. Und dann verkaufe ich drei PCs und kann ich mir selber einen PC kaufen von Terra. Nein. Aber, ja. Terra, es ist schwierig. Es ist ja für Unternehmen. Und ich denke, ja, ich weiß nicht. Für 1000 Euro Aufpreis ist einfach irgendwie, ja, schon nicht ganz in Ordnung. Aber das ist auch nicht die Zielgruppe dieses PCs. Weil der richtet sich halt nicht an Privatpersonen, sondern ganz klar ein Unternehmen. Und Unternehmen ist das, glaube ich, auch völlig egal, ob die nochmal 1000 Euro extra bezahlen. Die bezahlen dann halt 1000 Euro für den Service, den sie von Terra bekommen. Das muss man an der Stelle sagen. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit irgendwelchen anderen Herstellern, die bei Amazon oder sowas verkaufen, die dann auch 1000 Euro auf ihre PCs packen. Weil bei Terra ist eben das Ganze, dass es erstmal ein Unternehmen geht. Und den Unternehmen ist es grundsätzlich relativ egal, was sie für so ein PC bezahlen. Und die gucken halt auch nicht meine Videos und gucken dann auch nicht nach, dass, oh, der PC ist ja 1000 Euro zu teuer, Terra. Mach dir mal 1000 Euro billiger. Weil da haben die gar keine Zeit zu gucken, weil die müssen sich mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigen. Und zum Zweiten kauft man hier sicher auch viel, ja, sag ich mal, Service vor Ort mit dazu. Von der Warte her ist der Preisvergleich hinkt hier ein bisschen. Ich finde, das 500 Euro könnte man eigentlich nicht auch billiger machen. Theoretisch reichen auch 200 oder 200 Euro auf Preis. Ich weiß nicht, wie viel Terra davon verkauft. Aber wenn jemand jetzt sagt, oh, der will den unbedingt für seine Firma haben, dann wird er nicht nur einen bestellen, sondern er bestellt ja gleich mal 10, 20, 30 Stück davon. Und dann ist natürlich, dann macht Terra einfach mal ganz schnell mal 30.000 Euro Gewinn. Und das ist krass, ja. Das ist schon krass an der Stelle, wenn man sich das mal so über die Zunge zergehen lässt. Ja, das war es von dem Video. War mal ein bisschen ein anderes Video an der Stelle. Ich fand es mal ein bisschen lustig, sich mal ein PC von Terra anzugucken. Ich hatte nämlich tatsächlich auf Kleinanzeigen den gebrauchten Terra Gaming PC gefunden. Das ist jetzt nicht das Modell, aber ein bisschen günstigeren. Und dann dachte ich so, was, Terra baut Gaming PCs? Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und tatsächlich das rausgefunden. Und ich fand das ganz cool und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns spätestens in der nächsten Folge der Marktplatz PCs oder der Gando Wochenschau. Und bis dahin sage ich Tschau und auf Wiedersehen.